Wenn du einer Frau sagst, du hast einen schönen Pullover an und sie sagt, ich hab nix drunter und du sagst halt keine Sorge, das wechselt doch an. So eklig. Flo, haben wir was ich grad gefunden hab? Natürlich. Ah, ich auch. Jaaaa. Basti, komm. Ich will auch ne Satchel. Ich hab noch nicht mal. Uh, was hab ich denn hier gefunden? Maxi, du hast auch gerade ne Satchel gefunden, oder? In deiner letzten. Wollen wir loadout pauken? Komm schon zum Shop, Maxi. Wir haben alle ne Satchel außer Basti. Boah, jetzt hab ich den healen gebrochen. Kannst du nur noch dein, äh, Geld legen, Maxi, für ne URV? okay dann machst du deine anderen mal ich meine spättern ich glaube ohne drohne ist in der luft oder bounty ich gehe erst mal bauen ja ich habe ihn doch was sie die haben ist so gut auffliegt da finde ich aber mit ich habe ein kino nicht bekommen der da oben war ja ne der hatte er selbst und ist dann weggelaufen am loadout sind die auf dem dach niklas die haben wir haben mindestens 200 ja ja ne 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 die wissen das Der Feind nähert sich! Ein-Lock! Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Ich gehe mit Kotenstille hoch! Ich gehe hier aufs Dach! Gehen wir kommen! Bei euch nicht mehr! Ich mache ein Tröhnchen an! Verbündete Drohne ist in der Luft! Äh, Gondel! Und beim Shop! Hier! Du erhältst eine Ausrüstungslieferung! Einer noch! Einer noch! Einer noch! Auf den Himmel ab! Ausgeschaltet! Wer spielt die Pinke Graue? Oh Gott! Nice! Ich hatte alle 3-Nock-Bossi! Ja, ich habe es gemerkt, weil die alle so low waren, als ich die... Ich habe Einen-Key davon bekommen! Brauche Aufklärung an meiner Position! Drohne erreicht Einsatzgebiet! Ich habe einen richtig schönen Helm-Bossi! Basti, wollen wir auf mein Vorfeld gehen? Hau da auf die Beine! Hau da auf die Beine! Nein! Nein! Ist auch der Arme! Nein! Alles gut! Bei dir warst du noch! Bade sind nur Deutsche! Die sind beide hier unten auf der Ebene! Ja, hier! Und noch ein weiter runter, glaube ich! Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Habt ihr noch eine UAB? Äh, ne! 41 Meter, vielleicht im Shop! Ah! Ich habe eine Drohne! Ich hab eine Drohne! Das ist in der Luft! Ich habe eine Drohne! Was ist denn, die Drohne ist hinter Luft?! Ja, komm! Ne, ich stand zwischen der Tür! Ah, das sind Deutsche! Acht Meter! Mein Hit! Wo ist denn hier? Ah, ich hab die alle! Ah! Noch mehr! Ja! Wo? Nein! Nein! Oh, scheiße. Das deutsche Team hab ich vom Clash-to-Wife. Ich hol hier oben einen Hamster. Ich will noch einen ULV. Ich will ganz gerne eine Muni-Box holen. Ich hab keine Sam-Tags mehr. Jetzt geht der runter. Scheiße. Affen, der Fall ist auf den Himmel. Und links war die... Da kommt ein Hammer, ne? Verbündete Drohne ist in der Luft. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verliebt. Schuss wird auf Wacken. Die Reise der Vorratsstationen wurden angepasst. Aber ich bin ich bin ich. Jetzt kommt man hier wieder nicht hoch. Fire Cell. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Ich geh auf den Weg. Wir haben Aufklärung online. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Zielgebiet markiert. Legt los. Hier ist Stryker 3-1. Alles klar. Luftschlag im Anflug. Der Stein nähert sich. Der Fluss nach Hause ist beendet. Alle Preise wieder nach. Keine Treffer diesmal. Geist noch. Geist noch. Achtung. Drohnen Treibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachkanken. Wo ist die Drohne? Ey. Kacke. Kacke. Ja Mann. Wieder 500 Leuten. Los. Von rechts und von links. Kacke. 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 Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird völlig. Hat jemand ein bisschen Stunkel, der Muni? Ja, die kommen her. Also ich hab null. Die muss sehr schön sowas. Oh, danke. Ich hab hier ne Plattenbox gelegt. Hier ist Panzer rum. In dem Kasten. Feinde sind hier. Ja. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. 32. Warte mal. 35 Grad aus, runter. Nur noch 10 übrig. Das Gas kommt. Der vom Dach ist runterabflick. Das wass. Das war los. T affiliate mit der Flick. Die haben hier drin beschossen. Der wird hier drin beschossen. wieder noch einer wo sind die ein einer hier unten noch einer auf dem dach die schöne runde aber eigentlich noch mal eine schöne runde ja da hatte maxi recht slow die runde wird besser ich habe mich nicht jeden die ich habe mich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.